Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Sims 4 mit Familie Rhodes. Wir befinden uns in Brindleton Bay auf dem Leuchtturm, wo sich Kendra und Morgan getroffen haben, um ein wenig zu plaudern und vielleicht auch einen Schlachtplan zu schmieden, wie sie unter Umständen am besten die Geschwister auseinanderbringen können, denn... Ja. Oh, hier gibt es ja ein eigenes Moodlet. Aussicht vom Leuchtturm, die atemberaubende Aussicht von Brindleton Light hat die Stimmung von Kendra verbessert. Ja, das kann ich verstehen, denn der Leuchtturm ist wirklich richtig toll und... Oh, ich finde auch die Insel voll schön, auf der sie gerade sind. So, aber ihr beiden plaudert doch noch ein wenig. Ähm, mehr freundlich. Andere Sims nach anderem Sim-Fragen. Shibon. So, dass die beiden auch wirklich über sie reden. Und... Oh ja, Kendra bekommt langsam Hunger. Ja, die mag Shibon nicht besonders. Und... Kendra, was machst du jetzt eigentlich? Willst du einfach nach Hause gehen und deinem Bruder sagen, dass er sich von seiner Freundin trennen soll? Meinst du, dass es funktioniert? Findest du im Internet was Besseres? Ich schätze aus, ob dein Handy schimmeln würde. Vermutlich ist das dann wirklich eine ganz gute Idee... Schreibt mir eine SMS? Nein, du spielst ein Spiel. Dass wir nach Hause gehen und... Sehen, ob sich Jasper von uns überzeugen lässt. Denn es gibt ja die Interaktion, einfach zu fragen... Äh, naja, die gemeine Interaktion an den Sim darum zu bitten, sich zu trennen. Und... Naja... Ich gehe nicht davon aus, dass Jasper das machen wird. Aber ich meine... Wir können es doch einfach mal versuchen. So, reisen wir nach Hause. Ah, ohne Morgen. Die muss ja selbst heim und ihre Schulaufgaben erledigen, etc. Wir haben ja mitten unter der Woche. Und... Es wird auch langsam etwas spät. Es wird früher dunkel... Und kalt. Und Kendra muss ja auch noch die... Den Zug erwischen, damit sie nach Hause fahren kann. Und... Hier sind wir dann auch schon. Äh, du wirst fernsehen. Dann... Setz dich doch mal zu deinem Bruder. Sitzen. Der den Kinderkanal schaut. Ach, Jasper. Du wirst gleich wieder meinen, dass dir da viel zu langweilig ist. Brillante Ideen mitteilen. So dachte Motto. Sie war jetzt ja wirklich brav in letzter Zeit. Dann könnt ihr euch aber auch wieder mal hinsetzen. Und er kniet sich vor den Fernseher. Okay. Gemein. Gab's das nicht? Was ist das bei Unfug? Oh. Ich hab das hier gar nicht mit dem Trennen mehr. Das ist blöd. Ich hätte das noch gern gehabt. Sie kann ja einfach immer wieder mal nach Siobhan fragen, wie es da momentan so läuft. Vor allem, er ist ja wirklich ständig eifersüchtig. Und er ist so verliebt in sie. Aber Jasper, wie wär's denn, wenn wir dann vielleicht einfach mal Siobhan besuchen gehen? Wir können ihr zumindest mal schreiben. Vielleicht schlägt sie dann ja was vor. Äh, hier. Glücklicher ist ein Messschicken. Und du, ja, gehst was essen. Das ist eine gute Idee. Hast ja auch Hunger. Also, Jasper. Du bist jetzt selbstsicher, weil du eine unglaubliche Esweiß geschrieben hast. Ja. Ziehen wir los und amüsieren uns im Magnolienblütenpark. Ist das nicht ein bisschen kalt um die Jahreszeit? Naja. Aber. Wir können ja mal dorthin gehen. Äh. Kendra. Hat ja jetzt ziemlich viel. Ähm. So gegen die Gruppe gewettert und so. Und vielleicht macht Jasper sich auch ein paar Vorwürfe und macht sich Sorgen. Das heißt, wir könnten doch einfach mal, äh, ja. Zuerst mal gibt's einen Kuss. Knuddeln. Und Romantik. Kusshauchen. Und wie wär's denn, Siobhan, wenn du dir was Wärmeres anziehst, wenn wir jetzt hier draußen sind? Äh. Äh. Wo war das? MC Kommode. Outfit wechseln. Hier. Das sieht deutlich wärmer aus. So. Äh. Können wir nach anderen Sims fragen? Vielleicht so eben nach den Gruppenmitgliedern. Weiß nicht, ob wir die alle kennen. Äh. Einmal kann nur noch Sims fragen, die man selbst kennt. Wir kennen ihre Gruppenmitglieder leider nicht. Hm. Schade. So. Bei wem nicht. Bei wem nicht. Einschwerden passt ja eigentlich nicht ganz freundlich. Bewunderung ausdrücken. Und. Ah. Mush. Ubatte. Ui. Ist das so eine Möchtegern-Eiskönigin? Ui. Und Jasper geht jetzt mal spontan grillen. Wie? Aber Jasper, warum? Ui. Und du ziehst dir gleich deine kurzen Klamotten an. Ui. Das. Das könnte etwas kalt werden. Aber der Gnolienblütenpark hier ist wirklich schön. So richtig weihnachtlich. Da könnte man so einen tollen Weihnachtsmarkt bauen. Die sind ja momentan sehr. Ich war schon auch auf einigen. Blühwein trinken ist immer gut. Jo. Oh. 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 Das ist doch... Nein, ist doch nicht. Das ist nicht Leonardo. Das ist einer von den Neuen. Ähm. Ja. Es ist schade, dass es keine Interaktion wie Spazierengehen und so weiter gibt. Aber ihr könntet doch mal... Ja, du könntest sie auf eine Konstellation hinweisen. Und dann nochmal deine Unsicherheiten mitteilen. Das ist ja sogar ein Wunsch von dir. Freundlich. Es ist ja auch wichtig, dass du darüber sprichst. Denn du bist ja auch eifersüchtig. Und das könnte euch beiden dann ja helfen. Oh, du bist süß. Mach mal einen Polizistenwitz. Rede über die letzte Party. Ja, tanzen gehen. Party machen und tanzen gehen. Das könnten wir auch wieder mal machen. Und wenn ich da so überlege, wie wäre es denn einfach, wenn... Jasper jetzt dann auf eine Gruppenversammlung geht. Siobhan kriegt ja sowieso auch gleich... Er hat ja sowieso auch gerade eine SMS bekommen, dass sie vielleicht weg muss, weil irgendwas Wichtiges ansteht. Und aus dem Grund geht Jasper einfach wieder mal tanzen. Er ist ja ein tanzwütiger Sim. Und ich glaube, das könnte ihm vielleicht auch bei seiner Eifersucht ein bisschen weiterhelfen. Wenn er abgelenkt ist, vielleicht wenn er auch ein bisschen mit Siobhans Vater spricht. So, äh... So nach dem Motto, ob Siobhan jetzt oft... ...unterschiedliche Leute datet und so weiter. Und ja. Dann gehen wir doch mal alle hierhin und tanzen zusammen. Und haben Spaß. Ja. Also, ah, mit Joaquin haben wir auch schon lange nichts mehr gemacht. Der ist auch top angezogen. Und Jasper. Genießt du es, wieder mal auf der Tanzfläche zu sein? Dann... Kannst du nicht ein Party-Outfit? Da. Dann zieh doch mal das an. Ui, wer ist denn das? Ja, da trägt jemand ganz verwirrt Custom-Content. Oh, 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 oh. Und das ist Liberty. Aber Liberty, nein. Du ziehst dir wirklich was anderes an. Ich hab' dir endlich mal gute Outfits gegeben, die man tragen kann. Ähm... Ich mag das jetzt nicht. Ups. Nein, das will ich ja gar nicht. MC-Kommode. Outfit wechseln. Und du ziehst jetzt dein neues Party-Outfit an. Also nicht das, was scheiße aussieht. Das alte war ja wirklich grauenhaft. Also das war... Damit konnte sie nicht vor die Tür gehen. Oh, aber das sieht richtig süß aus. Und da kommt der nächste Unfall. Aber... Nein, ich kann nicht jeden komplett neu einkliden. Aber... Ich finde, sie sieht total jung aus. In diesem Outfit. Aber es steht ihr halt. Sie sieht richtig süß aus. Dann unterhaltet euch doch mal ein bisschen. Und wer bist du? Dieser modische Unfall. Hallo? Kroki-Hartou. 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 Zarf-Win. Ja. Wuhu! Josa. Chima-Finpa, hm? Hehe. But nor Sneed. Okay, keine Ahnung. Und da kommt Chivon. Die hat sich ja auch regelrecht getarnt. Eui, 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 eui. Ich weiß auch gar nicht, warum du wirklich immer so schlimme Sachen trägst. Wie diese komischen Haarspangen, die ich mal runtergeladen habe. Und du bist die crazy Cat-Lady, oder? Das Spiel hängt momentan auch ein bisschen. Dass mir gar nicht angezeigt wird, wer die Leute hier sind. Oh, aber Jasper hat sowieso den Wunsch, sich möglichst vielen Leuten vorzustellen. Also können wir das doch gleich mal... Wir kennen? Ihr habt uns schon vorgestellt. Und hier? Ja. Nein, kennen wir auch schon. Aber das ist doch voll gemein. Wie soll er jemals... Was sich vielen Leuten vorstellen können? Äh... Wenn er alle schon vorher kennt. Ja. Also er hat auf jeden Fall Spaß. Das ist auch schön. Und er hat nicht mal dieses Gefühl, der... Oh, Eifersuchtsanfall. Ui. Uiuiui. Uiuiui. Auf diesen Eifersuchtsanfall bauen wir jetzt mal auf. Ich habe zwar nicht mitbekommen, was das ist. Und ich weiß, Eifersuchtsanfälle werden oft wirklich sinnlos ausgelöst. Aber... Ich würde sagen, Jasper streitet... Jasper streitet... Wow, sich trennen. Das ist vielleicht ein bisschen heikel. Äh... Nein, nicht zu streiten. Beleidigen. Gemein. Verbotene Wörter brüllen. Denn ich glaube, Jasper ist ja sehr eifersüchtig. Also wenn er dann mal eifersüchtig ist... Der hat ja gerade auch diesen Eifersuchtsanfall. Auch wenn gerade die positiven Stimmungen überwiegen. Ähm... Dann sollte er diesen... Dies auch rauslassen. Sie nimmt ihn nicht so richtig ernst. Bis jetzt. Und was will die hier? Kim Müller. Kennen wir anscheinend auch. Und die lässt ihn nicht mal zu Siwon durch? Dann beleidigen wir die doch auch mal. Gemein. Weggehen. Verschwinde. Wenn du nicht zulässt, dass wir mit unserer Freundin reden. Kalte Schulter zeigen. Gemein. Anrömen. Beleidigen. Funktioniert das? Es ist wirklich so, als ob sie ihn voll ignoriert. Und ihre Freundin hier... Ihr den Weg freitanzt. Hey Siwon, könntest du uns bitte mal Aufmerksamkeit schenken? Das kann ja gar nicht sein. Nein. Es ist wirklich so, sie tanzt total happy und zieht weiter. Gut. Ich nehme an, Jasper ist jetzt wütend. Er ist sowieso auch hungrig und eifersüchtig. Und Siwon redet nicht mit ihm. Und dann lassen wir ihn doch einfach mal nach Hause gehen. Denn ich glaube, er hat nicht so Bock drauf, jetzt noch viel Zeit mit ihr zu verbringen. Vor allem... Habt ihr das wirklich gesehen? Sie hat uns nicht mal wahrgenommen. So wie damals, als wir mit Liberty in dieser einen Bar waren. Sie geht einfach an uns vorbei. Sie ignoriert uns total. Und... Jasper's Eifersucht? Ja. Also ich kenne das bei den Sims. Also die Sims sind oft eifersüchtig, wenn der Papa mit den Kindern spielt. Oder so in das in die Richtung. Also ist oft sehr unbegründet. Und von dem her kann es ja wirklich sein, dass das hier bei Jasper eine absolute Kleinigkeit war. Icanra, wenn du am Verhungern bist, dann isst doch bitte was. Du hast ja sogar noch Taco-Auflauf in deinem Inventar. Dann isst den halt oben in deinem Zimmer und lass das Teller dann vergammeln vermutlich. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass du das dann vergisst. Und... Dann hau dich wieder ins Bett. Und... Hier stehen Pfannkuchen einfach so rum. Ja, die verschwinden jetzt im Kühlschrank. Und was ist mit dir, Jasper? Du bist zwar immer noch glücklich, weil... Du einen neuen Freund gefunden hast. Das ist ja ganz nett. Echt? Wer ist denn dein neuer Freund? Keine Ahnung. Wer dein neuer Freund ist. Aber anscheinend hast du einen neuen Freund gefunden. Und... Trotzdem ist er eben nach wie vor eifersüchtig. Ja. Vielleicht ist es dann wirklich mal notwendig, ein klärendes Gespräch zu finden. Und vielleicht auch die Gruppenmitglieder kennenzulernen. Von dem her... Wir könnten dann in der nächsten Folge mit Jasper mal ins Schwimmbad gehen. Ich weiß nicht, musst du morgen arbeiten? Ja, morgen musst du arbeiten. Ja, obwohl... Das ist... Nein, heute ist ja dann... Was? Ja, heute ist Donnerstag. Das heißt, du hast heute frei. Dann könnten wir heute mit dir vielleicht ins Schwimmbad gehen, wo die Clique von deiner Freundin meistens abhängt. Und dann könnten wir mit denen ja auch mal sprechen. Die sind vermutlich nicht so gut, auf uns zu sprechen, da sie die Gruppe wegen uns verlassen hat. Aber das finden wir dann schon raus. Ich möchte mich an dieser Stelle sehr fürs Zusehen bedanken. Ich werde mich total über einen Daumen nach oben oder einen Kommentar freuen. Und hoffe, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen werden. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Und ciao!